Seid ihr bereit, mit mir zu wetten? Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ja, ich habe eine kleine Wette mit euch, aber keine Angst. Es gibt für euch keinen Wetteinsatz, sondern nur für mich. Aber ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass ich den nicht erfüllen muss. Und deswegen wette ich ja mit euch. Und zwar folgendes. Ich habe euch gefragt, welches Thema ihr als Hauptthema für euer Eventprojekt verwenden wollt. Rette den Drachen vor der Prinzessin, Magical Girls, Liebesgeschichte. Worum geht es dabei überhaupt? Ich möchte ein Community-Event abhalten und dazu könnt ihr Projekte einreichen, Videospielprojekte. Die genauen Regeln sind hier nochmal aufgelistet. Schreibe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung einen Link rein. Und ein seiner Schluss ist der 7.7.2023. Ihr könnt die Engine eurer Wahl verwenden, RPG Maker, Unity, Unreal und es gibt auch etwas zu gewinnen dabei. Und zwar 11 mal 10 Euro Steam-Guthaben plus 2 mal 25 Euro Steam-Guthaben werden per Zufall an alle Teilnehmer verlost. Das bedeutet insgesamt ist das ein Pott von 160 Euro, den ich hier zur Verfügung stelle. Gut. Soviel dazu. Darum geht es überhaupt. Aber es haben 29 Leute abgestimmt. 29 Leute haben abgestimmt. Und ich bezweifle stark, dass 29 Leute tatsächlich ein Projekt einreichen. Weil, und jetzt kommt, warum ich mir da so sicher bin, beim German Indie Showcase, wo in diesem August wahrscheinlich wieder einer stattfindet, nähere Informationen kommen später, haben nur 18, also nur in Anführungszeichen, 18 Leute mitgemacht. Danke nochmal an alle 18 und ich hoffe, ihr seid dieses Jahr auch wieder dabei. Und auch bei der Boss-Challenge, meinem derzeit erfolgreichsten Event, haben nur 19 Leute mitgemacht. Nur in Anführungszeichen 19. 29 Stimmen würde bedeuten, dass über 50% noch oben drauf kommt. Also nochmal 10 oben drauf zu den 19. Und das glaube ich nicht. Ich glaube euch nicht, dass es so viele Leute werden, die ein Projekt abgeben. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Lest euch das genau durch, was ihr machen müsst. Und ja, dann gucken wir mal, ob ihr das zusammenkriegt, die 29 Projekte. Aber kommen wir jetzt mal zu meiner Wette an sich. Was habe ich einzulösen, wenn denn das hier passiert? Und zwar folgendes. Wir haben das, oder ich habe das ein bisschen gestaffelt. Sagen wir es mal so. Wenn ihr es tatsächlich schafft, 20 Projekte einzureichen. Ey, lass dich verschieben. 20 Projekte einzureichen, würde ich nochmal 25 Euro Steam-Guthaben oben drauf hauen. 20 Projekte, das wäre Rekord für Events auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen 25 Euro ist das auf jeden Fall wert. Also, der Pod würde wachsen. Bei 25 Projekten würde der Pod nochmal um 25 Euro wachsen. Nein, 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 da ist noch nicht Schluss, Leute. Bei 30 Projekten, und ihr seid ja schon bei angeblich 29, natürlich, zwinker, zwinker. Würden nochmal 25 Euro drauf kommen. Ich glaube nicht, dass ich die bezahlen muss. Aber hey, ich glaube auch nicht, dass ich die für 20 Projekte bezahlen muss. Aber hey, beweist es mir. Und ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Hey, ich wäre nicht donnen, wenn ich nicht noch einen Schritt weiter gehen würde. Bei 35 würde ich nochmal 25 Euro drauf hauen. Das würde den Pod von 160 auf 260 Euro erhöhen. Und ja, das mache ich wirklich. Ich mache das wirklich. Das ist kein Joke. Aber ihr macht es nicht wirklich, 20 Projekte, 25 Projekte, 30 Projekte oder gar 35 Projekte einzureichen. Das ist nicht der Fall. Das wird nicht passieren. Aber beweist es mir. Beweist es mir. Also, ich würde es sehen. Okay, auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit. Genau, reicht ein Projekt ein? Engine, egal. Unity Engine, Unreal Engine, RPG Maker, Godot Engine, komplett selbst programmiert. Oder egal was, ihr könnt Engine nehmen, die ihr wollt. Es gibt ja auch RPG Maker Alternativen. RPG Architect oder so heißt das, glaube ich, zum Beispiel. Und ja, am 07.07.2023 ist dann Einsendeschluss. Und das um 23.59. Genau. Und lest euch auf jeden Fall aufmerksam die Regeln durch, damit ihr da auch nicht irgendwie disqualifiziert werdet aus irgendwelchen Gründen. Gut, danke dafür. Ich bin gespannt, ob ihr tatsächlich 20, 25, 30 oder 35 Projekte einreicht. Ich glaube da nicht dran. Und ich bin erstmal raus. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.